Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiten Runde Ace of Spades. Und diese Runde wird vielleicht heute jetzt mal nicht so lang, denn ich muss gleich auch weg. Aber einmal zu den Drachen im Zombie-Modus, das muss doch noch klappen. Und jetzt suchen wir uns gleich mal unser erstes Opfer. Und, dass sich, wie es aussieht, da oben versteckt. Und dann bauen wir jetzt einfach mal hier den Turm ab. Sollte eigentlich funktionieren. Jetzt ist das blöde Ding schon runtergeflogen. Und jetzt rennt er weg. So, weg ist er. Das ging doch, das ging doch. Ist denn noch welche? Da. Mit Zombie-Modus finde ich das immer ganz cool, dass man dann diese Herzen angezeigt bekommt. Sonst wäre es auch, ja, unmachbar. Äh, wie gesagt, habe ich kein Leben bekommen. Geht doch. Ach, nee, schon wieder. Das ist eigentlich nicht fair. So, dann haben wir den doch geschnappt. Tja, hat doch so glänzend funktioniert. Da ganz hinten. Ja, geil. Das kann ja heiter werden. Nicht ganz alleine. Ach, nee. Schade. Zu blöd. Zu blöd. Das ist aber auch blöd, bis dahinten hin. Aber neue Runde, neues Glück. Wow. Da fallen gerade ganz viele runter. Da hinten. Nice. Schaffe ich sie rüber? Uäh. Einfach mal runter ins Wasser. Aua. So, jetzt schleichen wir uns von hinten an. Und buddel dich weg. Wow. Au, au. Aua, das hat jetzt weh. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ach, da. Hm. Punkte jetzt sind jetzt nicht gerade so die besten. Was machst du da? Na, ich spring einfach mal hinterher. Der wird schon wissen, was er macht. Guck mal, das ist voll witzig. Weil nix passiert. Guess I'm happy. So. Wow. Aua, 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 aua. Boah, heftig. Ist aber eine große Runde hier gerade. So, Mario runter. Boah. Kaum was passiert. Voll unrealistisch. Aber, ja. Wir sind ja eh schon tot. Soll ja dann auch großartig passieren. Komm, 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 komm. Ah, okay. Feuer frei. Bang, bang. Aua. Alter. Die sind doch heftig. So, überleben sie es. Scheint nicht so. Scheint nicht so. Boah, alter. Wie krass das ist da hinten. Ist das der letzte Überlebende? Scheint so. Krass. Äh, da wollte ich doch gar nicht hin. Sehr nice. Eine wunderschöne Runde. Die sich jetzt auch schon dem Ende hinzieht. Und aber... Noch eine kleine Runde wird noch gemacht. Und zwar in dieser schönen Lobby. Ja. Los. Na los, mach. Hm, hm. Komm. Ich versuche, sich anzuklicken. Na los. Ist das we? Hey. Das ist jetzt aber nicht sehr nett. Machen wir hier denn jetzt noch? So, mehrere Hügel. Double Dragon. Grün. Alter, 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 alter. Geht denn hier ziehe ab? Terroralarm, Terroralarm. Irgendwas macht den hier gerade kaputt. Ach du. Ähm, wie sind wir zu grün? Das ist wirklich. Grün. Ah, aua. Äh, yo. Das war jetzt gerade nicht so. Super. Ist bestimmt sind dort noch Blöcke. Ich gucke mal, ich gucke mal, ich gucke mal. Ich gehe auch nicht auf der Minimap markiert irgendwie. Munition habe ich hier aber noch. Da hinten müsste was sein. Aber dass auch kein Feind rankommt. Das finde ich merkwürdig. Trauen sich bestimmt nicht. Uah, was falle ich hier noch runter? So, das bauen wir jetzt hier. So, ganz schniekelnd Eingang. So, weil was können. So, und wenn sich doch einer durchtraut, soll er mal sehen, was er davon hat. So, ähm, hallo. Ich komme hier nicht mehr rein. Pumpels, darf ich mal? Dankeschön. Sehr freundlich. Guck mal. Weiß ich, wie das besser geht? So. Oh, nice. Das war ja gerade mal gar nichts. So, mal ein bisschen drehen. So, äh, Spieler, geh doch mal weg. Guck mal, das ist Kunst. So, wie wir das hier bauen. Ähm, sehe ich nicht. Oh, hier steht man doch schön. Ja, hier ist gut. Grüner, noch ein grüner. Sind die nur grüner am Start? Oh. Nur ein paar wenige blaue. Vielleicht schlächen die hier sich irgendwo durchs Wasser. Da unten. Sieht's verdächtig aus. Also, aua. Oh. Runter mit mir. Sehe ich da was? Sehe ich da was? Ne. Bam, 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 bam. Ja. Schön. So schlimm sah es jetzt gar nicht aus. Aber die Gegner haben noch keinen einzigen Punkt. Das ist merkwürdig. Sehr merkwürdig. Aber. Ja. Wow. Alter. In Ordnung. Das war jetzt unser Gnadenstoß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Ich weiß, diese Runde war jetzt nicht super lang. Aber. Ja. Ja. Man kann ja auch nicht alles haben. Also, schau mit SCH. Da bin ich noch. Hihihi. Und immer noch. Immer noch. Okay, ciao. Das ist das Haus. Vielen Dank.